Steck ihn wieder rein, noch 10 Sekunden, trust me, it's Wesker. Do you actually think you can defeat you? Yes, I can defeat you. Chad, können die mir eine Sache erklären? Warum stehen so viele auf dem Wesker, den alten Mann? Kann ihm nichts abgewinnen, Chad, er ist viel zu alt. Der hat einen langen Arm, aber Nemesis ist doch auch, der hat sogar schlongs. Alte, wer das in Sex macht? Rolando, meinst du dich? Du bist doch gar nicht so alt. Und sind es Frauen oder allgemein? Ja, ich höre schon von mehreren Damen, dass sie auf dem Wesker stehen. Der gibt so Daddy-Vibes, wisst ihr? Aber das kann ich bei ihm nicht nachvollziehen. Warum? Warum Wesker? Was hat der? Der hat ja bald 60, wenn es nach Juli geht. Es verdient. Schön, dass du dazu stehst. Noch nicht so, aber graue Haare sind da. Rolando, let's go! Man erinnert auch so an Medien an Martins, mit der Kleine, vielleicht Dissing oder Bad Boy und so, okay. Glaubt ihr, dass alle, die auf alte Männer stehen, Daddy-Issues haben? Ich weiß gar nicht, Daddy, vielleicht haben viele Leute einen King drauf. Das glaube ich auch, Eno. Ja, Rolando. Oder weil er Altbärth heisst. Top 10 Dinge, die einen anmachen, wenn dein Name Albert ist. Platz 1, oder? Albert Einstein, kein Stein, aber Einstein. Okay, was haben wir heute gelernt? Alle, die auf alte Männer stehen, haben Daddy-Issues. Ich kann mich stolz hier hinstellen, mit festem Stand in der Mitte des Raumes und kann sagen, ich habe keine Daddy-Issues. Yes! Für mich ist auch der alte Wesker nichts. Der alte Albert. Bye, old man! I'm gone! Hallo! Oh, ich bring den Wesker, glaube ich, mit! Er kommt nicht mit. Sollen wir uns nicht heilen? Können wir uns nicht heilen hier unten? Hey, Stepbro, I'm stuck. Das ist wieder eine andere Geschichte. Frag mal Chat-GPT. Frag mal Google, warum die Leute auf Wesker stehen. Ja, und frag einmal Google und frag einmal Chat-GPT, bitte. Gebt nicht euer letztes Hemd aus für mich. Ich meine, wobei seid ihr dann oben ohne? Ah! Ah! Shit! Ah! Chat, ich glaube, ich muss einfach nochmal schlafen gehen. Rudi, was ist los? Schau für Juli hinaus. Nein, gebt nicht euer letztes Hemd. Nein, das war ein Joke. Das war ein Joke. Jetzt stehen die Leute auf Humor. Er albert ja immer. Das war der beste, die beste Erklärung. Alle alte Männer-Kink ist doch normal. Die wollen doch alle diese reichen alten Männer aus dem Ami-Land. Ja, noch schlimmer. Charismatisches Auftreten. Wesker wird oft als charismatisch, intelligent und selbstsicher dargestellt. Sein kühler und berechnender Stil hat viele Spiele fasziniert. Ikonisches Design. Weskers Erscheinungsbild mit seinen charakteristischen Sonnenbrillen und schwarzen Lederanzug oder den zum unverkennbaren, ikonischen Tag gemacht. Charismatisch, wo ist er charismatisch? Er zeigt seine Augen nicht. Charisma geht über die Augen. Intelligent, ja. Selbstsicher, eher abgehoben, kühl und berechnender Stil. Auch eher unsympathisch. Also, wer hat es geschrieben? Ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Wenn du seine Augen siehst, stirbst du. Ich hätte sie mit dir das geschrieben. Ja, das erklärt einiges. Ader und Augen machen Charisma aus. Über die Ader wird man Mod. Warum haben dann alle sieben Mods von mir keine Ader? Weil sie die hergeben mussten, um Mod zu werden. Nein, nein, du verwechselst da was. Die Seele mussten sie abgeben, um Mod zu werden. Nicht die Ader. Ach, Chad, wir sind eh schon wieder lost. Ich sage es halt nicht nach außen. Aber die Ader ist leider außen. Ich habe eine Ader oben in der Stirn. Und wenn ich schlechtes Geh fliege, also bei mir nie, richtig? Ach, die Ader soll überraschend sein, weißt du? Ach so. Nee, nee. Wenn einer von euch gehabt hätte, hätte er schon gesagt, ich habe eine Ader, Julie. Weil der hätte eine Reißwaffe bekommen im Keller. Im ersten Teil war Wester 38. Es ist nicht immer so alt. Jetzt ist er halt alt. Ja, 38 ist ja nicht alt. Das stimmt. Aber jetzt ist er 68. Danke, Daddy Versal. Schöne Aussicht. Könnte aber ein bisschen knackiger geformt sein. Danke, Daddy Versal. Gute Aussicht, aber kein Daddy King. Er heißt halt so. Ich kann dafür nichts. Ähm, Leon ist ja kein Daddy. Boah, bin ich unkonzentriert. Das Spiel habe ich auch noch verlernt. Tut mir leid. Wir lenken jetzt von den Daumen mit Albert Wesker ab. Tut mir leid. Nächste Runde reden wir nicht mehr von ihm. Versprochen. Wenn ich jetzt noch einen schaffen würde, hätte ich die Challenge geschafft. Aber ich bin Death Hook. Schaffe ich nicht, oder? Jetzt muss Toda so lange verweilen, dass ich den schaffen kann noch. Welchen Altersunterschied reden wir von Daddy Issues? Ja, sobald jemand dein Vater sein könnte. Das heißt, circa 20, 30 Jahre älter. Ab 20, also dein Vater ist mindestens 20 Jahre älter als du, oder? Weil der kriegt ja nicht mit 15 ein Kind. Richtig? Ich bin nur noch... Darf ich bitte den Jen noch machen? Bitte, Wesker! Ich will... Bitte! Ich möchte nur noch den Jen für meine Quest. Bitte! Bitte nicht! Steck ihn wieder rein! Äh, eigentlich meine ich... Wesker, bitte! Ich brauche nur noch 10 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden! Trust me! Ich, 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 ich brauche... Dann kannst du mich töten. Okay, dann kannst du mich... Ja! 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 Aber neben der Luzkel-Aufgäng. Ja, Freunde! Ich weiß nicht... Ich glaube ich komme gut an bei den Weskers. Guck was ich geschrieben habe, Thanks Daddy Wesker. Weißt du, nebenbei hängt da Zote am Haken, denkt sich WTF. Ich komme zurück und dann das. Ich hatte gerade nur eine kleine Situation mit Daddy Wesker. Ich habe die ganze Runde erzählt, dass ich keinen Crush habe auf Wesker, weil er viel zu alt ist und ich keine Daddy-Issues habe. Und jetzt am Ende hat Daddy Wesker mir aber geholfen. You're just too cute. You too. Oh mein Gott, er flirtet wie ein Chat. Nein, ich muss aufhören. Ich habe gerade 20 Minuten damit verbracht, wie kacke Albert ist und dass er viel zu alt ist. Jetzt kann er mich nicht anschlörten. Ja. 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 Ja.